Ruten sind ausgeschmissen. Ich hoffe, der Zielfisch, den ich jetzt hier rausziehe, ich hoffe, das ist er. Das ist er, dicker fetter Kaulbarsch, Alten. Jawollo. Zack und wieder raus damit. Kaulbarsch ist da. Das ist gut, denn... Na gut, ich könnte jetzt natürlich auch einfach den Kaulbarsch verkaufen. Will ich aber gar nicht. Ich will mit dem Kaulbarsch später noch weiter angeln. Yes. Von daher freue ich mich gerade über jeden Kaulbarsch, der drangeht, um dann später daraus geil Köderfischis zu machen und dann ordentlich weiter damit zu angeln. Ich hoffe natürlich, dass jetzt hier jede Menge reinrasseln. Alter, aber es sieht schon richtig gut aus. Das ist mega. Also, ausgeworfen bis, ausgeworfen bis. Ich rechne die ganze Zeit mit Beifang. Also gerade bei dem Köder, es ist der Mistwurm als Köder, aber auf Set gehen wir gleich nochmal ein. Rechnet man einfach ständig mit Beifang. Aber bisher sieht das schon ganz gut aus. Ran da mit den Kaulbarschen. Und wenn du noch lange nicht beim Köderangeln bist, Kaulbarschkloppen ist auch eine gute Möglichkeit, Kohle zu machen. Also rausziehen die fetten Kaulbarsche und einfach ein bisschen Kohle machen mit den winzigen Kaulbarschen. Und nebenbei macht man natürlich auch noch easy peasy einige Kaffeeaufträge fertig. Höchstwahrscheinlich ist die Schläfergrunde und so was auch wieder als Kaffeeauftrag drin. Also eine ganz geile Sache, um hier ganz entspannt mit leichtem feinen Setup schön Kohle zu machen. Mein Setup trägt gerade 3 Kilo. Mein Vorfach hat eine Stärke von 3,1 Kilo. Und dementsprechend wenig Power habe ich hier quasi. Was aber natürlich auch zu bedenken ist, ich angle natürlich jetzt hier gerade nicht als Anfänger. Das heißt, ich bin jetzt hier nicht mit meinem Anfänger-Account. Bedeutet, grundsätzlich habe ich schon mal mehr Fische. Höchstwahrscheinlich eine höhere Frequenz und höchstwahrscheinlich auch größere Fische dran. Das ist einfach den ganzen Skills geschuldet sozusagen. Nicht nur meinen Skills, Alten. Ne, das ist sogar den Skills hier geschuldet. Also immer dran denken. Hier ist geskillt, also 100% im Grundangeln. Und habe ich da eigentlich noch was? Inline habe ich natürlich auch noch geskillt. Das zählt natürlich auch noch mit rein. Das sind einfach so Komponenten, die man immer bedenken muss. Und dazu kommt auch noch, dass die Routen, die ich hier verwende, auch nochmal einen Plus haben auf die Inline-Montage. Das heißt also, ich habe durchaus hier mit diesen Routen eine höhere Chance, eine Trophäe zu fangen. Oder beziehungsweise, ja, nicht nur eine Trophäe, auch einfach dickere Fischis. Wo stehen wir hier? Erstmal rausziehen hier. Das lügt ja hier non-stop. Mega gut, ey. Wir stehen hier am Moskitosee. Wer es noch nicht erkannt hat, eine supergeile Stelle, gerade für den Anfang. Ich liebe diese Stelle. Und sie ist immer mal wieder mit anderen Fischen bestückt. Grundsätzlich kann man sich auch hier hinstellen mit Brotteig, mit Maiskorn, mit Haferbrei, den man relativ schnell herstellen kann. Von daher ist die Stelle hier für den Anfang echt immer gut geeignet. Ich mache die Map mal eben auf und ihr seht, ja, direkt hier startet man. Man läuft eben ein bisschen runter und ist quasi direkt am Spot. Man hat es nicht weit. Mal eben zum Kaffee schnell eben gucken. Kaffeeaufträge, ja, was brauche ich noch? Okay, noch eben drei Karauschen ziehen, weitermachen. Also das lohnt sich hier. Ist für den Anfang eine wirklich gute Stelle. Ja, und die Kaulbarsche, die sind halt jetzt gerade das Ziel. Denn Kaulbarschangeln ist einfach geil fürs, ja, fürs Köderfischangeln dann später. Ich hatte gerade ins Discord geschaut und da hat der Ick den Spot hier gepostet. Und hat auch beigeschrieben oder beziehungsweise gepostet, wie viel Kaulbarsche er hier gefangen hat. Und da habe ich mir gedacht, Alter, das ist gar nicht schlecht. Uhrzeit passt mir auch gerade. Da kann ich doch gleich mal schön auf Kaulbarsch gehen und die dann gleich direkt, wie gesagt, weiterverarbeiten. Heißt also, ich mache mir jetzt erstmal nochmal schön den Kescher voll mit kleinen Kaulbarschen. Dann geht es weiter. Dann gucken wir hier in der Rubrik Köderfisch. Gehen hier auf den Kaulbarsch. Wir brauchen also 40 Gramm Kaulbarsch bis 80 Gramm Kaulbarsch. Mittlerweile, ja, vier Stück schon dabei. Die kann ich dann natürlich leider nicht verkaufen. Aber daraus hätte ich dann gerne ein paar dicke Brocken gemacht. Und zwar werde ich die verwenden am Kuori. Da habe ich schon lange nicht mehr auf Köderfisch geangelt. Und da habe ich schon überlegt, Köderfischangeln vielleicht mit der Matchroute. Vielleicht sogar auf Grund. Also die beiden Komponenten werde ich in jedem Fall testen. Und ja, ich würde sagen, ich ziehe jetzt hier erstmal noch ein bisschen raus. Gucken wir gerade nochmal eben hier in den Kescher rein. Also, so sieht es bisher aus. Sehr, sehr, sehr Kaulbarschig. Das macht doch schon richtig Bock. Und das in wenigen Minuten. Fünf Minuten jetzt hier. Zack, 13 Fische, 14. Hier kommt der nächste. Hatten wir schon das Set gezeigt? Hatten wir noch nicht. Also, gehen wir nochmal schnell aufs Set ein. Und dann geht es weiter. Erstmal hier auswerfen, direkt wieder. Zack, habe ich einen Clip? Nicht so richtig. Ich habe so auf 12 Meter, zwischen 10 und 12 Meter. Hauptsache, man landet hier vorne in diesem Bereich. So schön davor, wo das Auge jetzt hier ist. So in dem Bereich. Und dann ist das gut. Also, gucken wir mal eben rein. Wie, hoppala, wie das Set zusammengebaut ist. Ihr seht, so etwas dickere Fische, die eskalieren sofort. Heißt also, ich habe hier tatsächlich eine dünne Schnur, beziehungsweise ein dünnes Vorfach. Hier unten, das ist entscheidend. Also, wir haben Fluorocarbonvorfach, 3,1 Kilo. Pure Fluorocarbon kann man also kaufen. Ist ein einfaches aus dem Shop. 18er Haken, 18er Haken Größe. Natürlich eine bessere Qualität. Ihr müsst nicht die Berserk Hux kaufen. Die sind sehr, sehr teuer. Aber eine 18er Größe ist hier entscheidend. Mistwurm. Wenn ihr sagt, uh, die Mistwürmer, die kann man vielleicht nur in 300er-Paketen kaufen. Schädigol kaufen. Wenn ihr ein bisschen länger dafür sparen müsst, ja, dann ist es so. Aber wenn ihr die 300 dann irgendwann mal durchgeballert habt, habt ihr damit ordentlich Kohle gemacht. Mistwurm, einer der wichtigsten Köder im Anfangsbereich. Ich habe hier ein grünes Blei noch gewählt. Ansonsten auch einfach ein Standardblei nehmen und gut ist. Also, das sind die wichtigen Komponenten. Was mein Set, wie gesagt, noch mal ein bisschen besonders macht, ist natürlich hier eine besondere Route. Das heißt also eine kleine Winkelpicker-Route mit extra Inline-Montage. Das ist allerdings Endgame-Geschichte zur Optimierung für den Feinschliff aufs letzte Fitzel. Wenn man einfach zu viel Geld hat und nicht mehr weiß, wohin mit der Kohle, dann kauft man sich so einen Schnickschnack. So, also weiter rausziehen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich am Kuori beim Köderfisch angeln. So, ich bin mittlerweile am Kuori angekommen. Und jetzt geht es hier mit dem Köderfisch, ja, auf die dickeren Brocken. Das Ganze soll sich auch lohnen. Wobei sich das am Moskito auch gelohnt hat. Also, die eine Nacht oder der Abend bis zur Nacht, das war jetzt ungefähr eine halbe Stunde angeln, hat 126 Silber gebracht mit zwei Kaffeeaufträgen und den Rest dann einfach so verballert, direkt abgegeben. Also, jede Menge Karauschen waren noch mit dabei. Die Kaulbarsche an sich, die ganzen Aufträge. Also, es hat sich schon gelohnt mit 126 Silber in 30 Minuten. Ja, und jetzt geht es eben ans Eingemachte. Ich wechsle mal eben das Set. Das heißt, ich gehe jetzt hier mit zweimal Grund und ich würde sagen, einmal Pose hier dran. Beziehungsweise, wir machen das mal so. Wir machen die mal hier hin. Und die dritte Grund nehmen wir vielleicht auch nochmal mit. Und dann kann man immer nochmal variieren. So sieht jetzt mein Setup aus fürs Köderfischangeln am Kuori. Ich hoffe natürlich, und das kann ich natürlich auch nicht wirklich großartig beeinflussen, dass ich kein Hecht dran habe. Ich könnte jetzt hier mit deutlich dickerer Schnur arbeiten. Ist natürlich ein bisschen tricky. Ich würde allerdings gerne auch super dünn und vorsichtig hier reingehen. Um diese empfindlichen und vorsichtigen Fische zu fangen. Ist wirklich ein bisschen tricky. Also, ich hoffe einfach mal, ich baller ja kein Frosch dran, dass... Ich könnte auch ein Rotauge reinschmeißen. Dass das funktioniert, wäre nicht so schlecht. Wir fangen erstmal an mit einem ganz normalen Kaulbarsch. Das Setup so zusammengebaut auf den normalen Karpfenruten. Wir haben hier ein Wurfgewicht von 160 Gramm. Ich bin hier relativ leicht unterwegs. Der wicht hier jetzt 60 Gramm. Das muss man halt mit bedenken. Dazu kommt eben das kleine Blei. Wir könnten hier sogar noch ein 40 Gramm Blei auch noch mit dran machen. Wäre auch durchaus eine Möglichkeit. Ich gucke gerade mal, haben wir hier 40 Gramm Blei. Sandlehm. Das liegt 50. Geht das auch noch mit dem Kaulbarsch? Geht auch noch. Wir sind nicht im roten Bereich. Das heißt, wir können sogar das 50 Gramm Blei nehmen. Und ich habe jetzt hier mal am Koori den Rechtsaußenbereich mir ausgewählt. Das heißt, wenn ich auch hier jetzt nicht genau in der ganz tiefen Stelle lande, lande ich vielleicht irgendwo da in der Nähe. Und was wir jetzt zuletzt am Archipel immer wieder feststellen ist, dass sich die Fische auch häufiger so an diesen Kanten aufhalten. Das heißt, wir haben hier mit einer höheren Wahrscheinlichkeit irgendwo auch an den Kanten Gebiete, Spots. Da versuche ich einfach reinzukommen. Ich weiß nicht, wie weit ich rauskomme. Wir testen das einfach mal. Hauptsache die Richtung passt. Ja, passt. Kein Klipp. 50 Gramm Blei. Gebe ihm. Und er fliegt. Ich würde sagen, das waren zwischen, sagen wir mal, um die 30 Meter. Um die 30 Meter. So, kann ich die Rude hier abstellen? Kann ich. Ich lasse erstmal noch absinken. Und in der Zwischenzeit kommt die nächste. Auch hier nehmen wir das gleiche. Blei. Einserhaken groß. 12 Kilo Fluorocarbon. Kaulbarsch. Kratsching. Da ist er. So. Das Ganze auch hier wieder. Maximaler Auswurf. Zack. Ja, das sind so um die 30 Meter, würde ich sagen. Bremse. Muss ich die Bremse ein bisschen einstellen? Ja, ich stelle sie erstmal ein bisschen runter. Hier übrigens auch nochmal. Bremse erstmal wieder ein bisschen runter. Denn ich weiß nicht genau, wie sich das jetzt hier verhält. Hochstellen kann ich immer noch. So, die sollten beide unten angekommen sein. Beides bimmelt und zuppelt. Das wäre jetzt erstmal das erste Set. Also, zweimal Grundangeln mit Kaulbarsch. Hier in dieser Tiefe. Nächstes Set wäre jetzt natürlich dann die Möglichkeit hier auf... Nehmen wir mal eine passende Schnur. Habe ich nicht noch irgendwo so eine 19er gehabt? Ja, ah, 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 ah. Oder ich nehme was Feineres. Wobei, so ganz fein will ich da auch nicht dran. Weißt du was? Bei dem hier mache ich mir vielleicht doch schon eher ein bisschen Sorgen. Das ist jetzt übertrieben. Aber hier mache ich mir eher Sorgen. Ich gehe mal hier mit dem 19er dran. 19er Vorfach. Auch hier, das müssen wir natürlich nochmal umbauen auf Köderfisch. Köderfischmontage. Halt. Und ich mache mir unbegründet Sorgen. Wir müssen das eh abbauen. Ich habe hier die verkehrte Route, Alter. Für Köderfischmontage und Matchangeln empfiehlt sich eben auch eine Route, die dafür ausgelegt ist. Guck mal hier. Wurfgewicht von dieser geilen Monster-Match liegt allerdings nur bei 60 Gramm. Nicht so ideal. Aber das Wurfgewicht von der Falcon ist richtig gut. Damit stand ich auch zuletzt ja beim Aalangeln an der Altenfestung. Bis 250 Gramm Alten. Mega. So. Rolle Druff. Hier haben wir sogar auch die 19er Schnur schon drauf. Perfekt. Ich habe hier ein 35 Kilo Vorfach drauf, weil es hier eben die Gefahr gab mit den Hechten. Also 35 Kilo Tragfähigkeit vom Wirbel und 0,8er Hauptschnur. Die trägt halt, Fluorocarbon, die trägt das halt und ist so, sagen wir mal, 98% hechtsicher. Eine kleine Chance auf einen Mega-Hecht gibt es halt immer noch, der das dann durchbeißt. Aber die Chance ist schon sehr gering. Hier gehe ich jetzt aber auch auf den Einserhaken und auch hier nehme ich nochmal den, wo ist er? Den Kauli Alten. Ich hätte gern dreimal Kauli als erstes im Wasser benutzen. So. Hier müssen wir jetzt natürlich auch nochmal eine Tiefe einstellen. Ach so. Hier kommt die etwas größere. Doch, das ist sie. 65 Gramm. Das ist sie. Und wir stellen hier mal eine Tiefe ein. Wir machen mal so ungefähr 1,80 Meter. Ja. Oder 2,70 Meter. Ich mache mal so in Richtung. Ne, ich mache mal 2,40 Meter. Es gibt glaube ich so einige Kunstköder, die auch in dieser Tiefe ungefähr rumlaufen, die ganz gut funktionieren. Da orientiere ich mich jetzt einfach an den Kunstködern. Und ich ballere auch hier erstmal, na vielleicht nicht ganz. Ich glaube das Ding fliegt weiter. Ja genau. Also 45% ausgeworfen. Ich denke das wird so ungefähr in diesem Bereich sein. In dem Bereich von 30 Meter. Der erste Biss. Sehr, sehr nice. Ich bin übelst gespannt, was jetzt hier reingeht. Sehr, sehr, sehr geil. Ich hoffe natürlich nicht auf Hecht. Alles andere außer Hecht. Und Barsch will ich auch nicht. Und Zwergmarin will ich auch nicht. Und es ist ein kleiner Saibling. Hm. Lässt mich sofort überlegen. Ist ein 1er Haken zu klein? Ich würde sagen, ja. Ich gehe auf ein 1,0er Haken. Ist noch nicht gewaltig größer, aber schon ein Stückchen größer. 1,0er Haken. Lauben wäre auch noch geil, ne? Zwischendurch eine Laube. Und die ganzen vergammelten Algen. Die ganzen vergammelten Fische, die werde ich dann schön in der Nacht reinschmeißen. Auf Quappe, Algen. Montage ist ja eh schon eingestellt. Und dann geht einfach, geht es einfach in der Nacht auf Quappe. Also Montage einfach nicht großartig ändern. Die vergammelten Köderfische, Barsche und so reinschmeißen. Und auf die dicken Quappen hoffen. Ja, das Ganze kann natürlich jetzt hier noch ein bisschen dauern. Und ich werde das mir nochmal eine Weile angucken. Ich hoffe, dass da ein bisschen was geht. Und ja, ich würde sagen, Petri ihr Lümmels, probiert doch auch mal. Und wäre ganz geil, wenn ihr eure Ergebnisse unten unter das Video schreibt. Das teste ich gerne auch mal nach. Oder gerne auch natürlich im Discord. Der Link zum Discord steht unten drunter. Und welche Spots ihr beangelt habt. Das ist natürlich jetzt richtig spannend. An welchen Stellen wart ihr unterwegs? Hier wäre vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit. Oder von der Insel aus in Richtung 13 Meter Loch. Also ich glaube, da gibt es schon einige Möglichkeiten. Klar, die Insel. Prädestiniert, ne? Gerade auch fürs Quappenangeln. Petri ihr Lümmels, wenn das Ganze geholfen hat und gefallen hat, gerne den Kanal abonnieren. Einen Daumen da lassen fürs Video. Und wie gesagt, gerne den Austausch mit den anderen Anglern. Was denn hier funktioniert. Und guck mal da, es funktioniert. Das ist halt geil. Ich hoffe, dass ich hier auch ein paar Saiblinge kriege. Und dass die vielleicht dann auch in der Nacht reingehen. Alter Falter, wieder. Wieder ein Seeseibling. Aber auch hier wieder zu klein. Alter, jetzt haben wir nochmal einen etwas dickeren dran. Ei, ei, ei. Aber auch das ist noch nicht richtig groß. Und da kommt endlich der langersehnte, dicke, fette Barschalden. Haa, fast Trophy. Hat aber nicht ganz gereicht. Petri ihr Lümmels, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.